Und damit herzlichst Willkommen zurück zu Scene Talk zum Animated February und wir reden über einen etwas anderen Animationsfilm. Geschrieben von Charlie Kaufman, der dafür bekannt ist, sehr obskure Geschichten und Charaktere auf die Leinwand zu bringen, hat sich gedacht, er macht einen Stop-Motion-Film namens Anomalisa. Und wie ich den fand, verrate ich euch nach dem Trailer. Was ist es, um zu sein? Was ist es, um zu achten? Was ist es, um zu sein? Was ist es, um zu sein? Each Person you speak to has had a day. Some of the days have been good, some bad. Each Person you speak to has had a childhood. Each has a body. Each body has aches. Look for what is special about each individual. Focus on that. Remember, there is someone out there for everyone. I think you're extraordinary. Why? I don't know yet. It's just obvious to me that you are. Our time is limited. We forget that. Sorry, I grabbed your hand. It's okay. It's a reflex. But I don't like to fly. I said it's okay. You can let go now, though. You can let go now, though. I think you're the one is a topic of teaching me. und seine Werke richten sich immer an Menschen, die ja auch nicht so das Beste im Leben erfahren und er lernt dann irgendwann ein Mädchen kennen, beziehungsweise eine Frau kennen namens Bella beziehungsweise noch eine andere Frau namens Lisa, in die er sich dann am Ende schlussendlich verliebt und eine Beziehung mit ihr eingeht, doch irgendwie scheint auch um ihn rum alles irgendwie zu verschwimmen und das ist die Geschichte in Anomalisa, ein so menschlicher Film, dass man sich fragt, wie menschlich darf ein Animationsfilm eigentlich sein in dem wir animierte, fiktive Charaktere, die von uns Menschen zum Leben erweckt werden ja, wie darf man da mitfühlen, wie nah darf man an die rankommen und man geht so nah an diese Charaktere ran, dass man eine 5 Minuten lange Sexsequenz hat in einem Animationsfilm, das auf den ersten Moment sehr unangenehm zu sein scheint wenn man sich fragt, okay, wieso geht das jetzt in diese Richtung, das wirkt ein bisschen schräg aber je leer diese Szene geht, desto menschlicher und intimer und herzlicher und umgarnter fühlt sich diese Sequenz an und von dem Moment an bleibt der Film auch nicht mehr wie er ist er geht in eine Richtung, in eine so tiefgründige, in so eine grundmenschliche Ebene in der wir selbst über uns nachdenken können, in der wir selbst unsere eigenen Werdegänge im Leben hinterfragen was wir gerade tun, ob unser Job, den wir eigentlich machen, das ist, was wir unser Leben lang tun wollen ist die Frau an unserer Seite oder den Mann an unserer Seite vielleicht die richtige Person oder habe ich vielleicht da doch irgendwie mich falsch entschieden wie kann ich mich selber besiegen, beziehungsweise selber meine inneren Dämonen oder die Depression, die mich immer wieder verfolgt es sind so viele unterschiedliche Dinge, über die wir Menschen uns auch jeden Tag Gedanken machen und es geht auch um Einsamkeit, weil unser Protagonist sehr von seiner Einsamkeit zerfressen ist und es ist so schön, einen Film zu sehen, der nicht mit echten Menschen gedreht ist sondern mit animierten Figuren, beziehungsweise mit Stop-Motion-Figuren und man so mitfühlen kann, wie in keinem anderen solcher Filme bisher und das ist für mich schon mal ganz, ganz großartig ich finde, er hätte noch ein bisschen tiefer gehen können in manche menschlichen Abgründe gerade gegen Ende wird er mir dann ein bisschen zu strange ein bisschen zu abgehoben, weil er dann auch ein bisschen Realität mit Fiktivem verbindet das wird mir dann ein bisschen zu viel, das reißt ein bisschen raus aber im Großen und Ganzen ist Anomalisa so herzlich, so liebevoll und so menschlich dass man sich den angucken sollte gerade wenn man einer ist, der Animationsfilme nicht so gerne mag weil man ja immer sagt, okay, es sind ja eh Kinderfilme es ist kein Kinderfilm, Leute das ist ein Film für Erwachsene und ein Film, der auch vielleicht Leuten in der Midlife-Crisis sehr helfen könnte von mir bekommt Anomalisa 8 von 10 möglichen Punkten habt ihr den Film schon gesehen? dann schreibt es mir in die Kommentare lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat ich hoffe, die Kritik hat euch besser beziehungsweise war fröhlicher als die gestrige Kritik von Madame Web die war ja ein einziger Verriss machen wir in nächster Zeit vielleicht erstmal nicht mehr wir hören uns morgen wieder bis dann, tschüss, haut rein und bye bis dann, tschüss